Moin Leute, herzlich willkommen zu der neuen Folge von Teardown. Meine Damen und Herren, in der letzten Folge haben wir TNT bekommen. Was sehr geil ist. Ich weiß zwar nicht, wie uns das bei unserer heutigen Mission helfen soll, denn wir müssen Bilder klauen. Und zwar in dieser krassen Luxusvilla, wo wir schon mal ein paar Autos geklaut haben. So, okay. Bisschen hier, ne? Geld machen. Okay. Hier müssen wir weg. Ich guck mal kurz auf die Map. Oh, warte mal, die sind gut beieinander. Und hier unten sind die anderen. Wir müssen insgesamt vier. Okay, vier Bilder müssen wir klauen. Hier unten haben wir drei. Ja, aber das ist schwer. Okay, okay, okay. Kein Problem, Paletto guckt jetzt erstmal. Entschuldigung. Ah ja, sehr nett. Schöner. Oh, guck mal hier, richtig luxuriös. Ganz ehrlich, wer hat denn bei sich so einen Fahrstuhl? Stell euch mal vor, das war euer Haus. Oh. Äh, entschuldigen Sie, wo ist denn hier? Achso, hier ist es. Hier ist es, aber ist wieder mit Alarm gesichert. Okay. So, ich seh das nicht ein, hier durch die Tür zu gehen. Deswegen schlag ich hier alles kaputt. Fahrstuhl, kommt hier einer. Oh ja. Oh, da lag was drauf. Habt ihr das gesehen? Alter, Paletto. Oh, warte, ey. Es tut mir leid. Meine Nase, Leute. Ich glaub, ich hab's schlupfen. Mini Paluten, mach du bitte weiter. Erzähl mal einen guten Witz. Oh. Was ist grau und kann nicht fliegen? Eine zu fette Taube. Oh, der war lustig, Mini Paluten. Du bist der beste Erzähler. Also, die drei kriegen wir schnell. Bam. Rüber. Bam. Runter. Oh, ich hab, glaub ich, ne gute Idee. Die beiden klauen. Dann hier runter. Und dann zu dem nach da... Äh, ich hab einen sehr guten Plan, Leute. Dr. Paletto macht das. So, weil hier vorne... Oh ja, hier waren die Autos. Der hatte nämlich einen eigenen... Uh, eine eigene Rennstrecke. Sehr schöne. Oh, 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 ja, oh, ja, oh, warte mal, warte mal ab. Weil hier hinten war doch so ein mega krasses Auto. So, hier einmal kurz. Ja. Kurz freimachen. Sehr nice. Okay, das könnte... Ja, wo sie... Ja, 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 sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es tut mir leid für dieses Zuggeln, das liegt leider am Spiel. Ja, 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 hier fahr ich dann nämlich los. Na, nee, nee, nee. Es müsste so klauen, klauen, runter, klauen, ins Auto und mit dem Auto rumfahren, hier rein und dann in Sicherheit. Okay, 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 quick save. Das könnte funktionieren. Weil sobald wir den Alarm auslösen, bumm, eine Minute Zeit, das zu klauen. Oh, hier ist sogar so eine Sprungschanze angelehnt. Oh, hier, hier, das geht natürlich auch, ne? Aber das schaffe ich nicht in einer Minute, nee, 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 nee. Okay, okay, es wird sowieso von der Zeit her, weiß ich jetzt nicht, ob das alles so klappt. Okay, ich mach hier mal einen Quick Save. Und go, 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 go. Hier hab ich's ja schon perfekt eingeschlagen. Ah, hier hätt ich den schon mal, weil der muss jetzt einen runter. Das hätt ich vorbereiten müssen. Nein, nicht nach unten, warum fährst du denn nach unten? Das hat, das hat jetzt viel zu viel Zeit gekostet. Ähm, hier ist das zweite. Aber egal, das ist der erste Testlauf. Da muss jetzt nicht zwangsläufig alles perfekt laufen. Ja, die Zeit, die wir hier jetzt längs laufen, die ist zu... Nee, 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 nee. Das kannst du ja, das ist ein Fail. Das schaffen wir nämlich nicht. Äh, hier ist das nächste Painting drin. Genau, jetzt fahren wir hier längs, dann da oben. Okay, okay, ich wusste nicht, dass der Rennwagen da nicht hochkommt. Und geschnappt. Okay. Mini Palut, meine Nase ist schon wieder. Noch ein Joke, bitte. Durch welche Tiere kann man erfahren, wie spät es ist? Uhrzeit Kripse. Haha, Mini Palut, das war so lustig. Das Laufen ist das Problem. Ah, warte mal. Eins, ja, aber das ist halt auch hier viel mit Laufen. Aber das ist doch da unten besser als der Mist. Weil die Wege können wir wenigstens mit dem Auto überbrücken. Vielleicht ist der sogar noch besser. Weil der ist hier auch sauschnell. Junge, aber der fällt wenigstens nicht ständig auseinander. Wo ist denn hier das... Ah, hier kommen wir sogar rein oder was? Achso, hier ist das eine Ding. Ich mach mal Quick Save. Das interessiert mich jetzt schon. So. Bam. So, dann würde ich hier... Okay, der hat jetzt nicht unbedingt die beste Kurvenlage. Zack, schnell rausspringen. Ah ja, hier können wir es sogar von hinten klauen. Das ist jetzt nur mal ein Test Run. Ich hab jetzt natürlich das eine Ding nicht mitgenommen. Ist aber auch halb so wild. Mal gucken mal, jetzt können wir mit dem... Oh, man kann schon perfekt hier durchfahren. Zack. Bam, das Ding. Hier durch. Ich fühl' das schon. Man kann das schaffen. Weil wir wären jetzt halt hier und da unten wäre das Escape-Ding. Okay. Quick Load. Der wird unser Auto sein, was wir brauchen, wenn wir nach da hinten wollen. Den stellen wir dann nämlich hier hin. Ah, nicht zu sehr kaputt machen. Genau. Hier kann ich das schon mal vorbereiten. Perfekt. So, weil wir nehmen jetzt lieber den hier. Quick Save. Klauen. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aussteigen. Ah, bisschen weit weg gewesen. Weil das kostet natürlich dann immer wertvolle Sekunden. Und perfekt. Oh ja, dafür haben wir das ganz gut geschafft. Ab in den Humvee. Oh ja, weil der fährt da tausendmal besser rüber. Verliert natürlich hier auch gerne mal die... Nein, warum? So, aufschlagen. Klauen. Nein, warum fällst du denn um? Fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Keine Zeit. Da unten ist es, da unten ist es. Und das können wir schaffen. Das können wir auf jeden Fall schaffen, wenn wir da die Zeiten jetzt besser hinbekommen. Und go. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Das war schon mal besser. Schnappen. Umdrehen. Oh, das könnte, das könnte nicer werden. Oh, auch wieder. Ah, leider dagegen gelaufen. Uh, zack. Okay, diesmal versuche ich vielleicht hier ein bisschen langsamer, vorsichtiger. Oh ja, wir haben uns bis dato noch kein einziges Mal überschlagen. So, stopp. Raus. Aufschlagen. Rein. Bam. Hier durch. Ah, war auch wieder ganz guter Schaden. Hier werde ich jetzt mal warten, dass das Tor aufgeht. Weil das hat mich das letzte Mal. Bitte geh auf. Bitte geh auf. Danke. Und jetzt, jetzt muss ich, ich muss hier springen. Ich muss hier springen. Und es geht mir, es geht mir. Es geht mir. Alter, Junge. Wer hat noch 1,5 Sekunden? Ah, man hätte das sogar anders machen können. Man hätte hier durch. Also, es ist, wir hätten das noch perfekt optimieren können. Aber ey, Junge, geschafft ist geschafft. Okay, wir sind jetzt sogar Breaker. Missing Artwork. So, warte mal. Wir haben jetzt gerade irgendwas geklaut. Bilder. Und jetzt müssen wir die Bilder wieder zurückbringen. Hä? Okay, wir müssen jetzt erst mal wieder checken. Boah, Junge, warum? Oha. Oha. I will... Okay. Ob jedes... Alles klar. Leute. Leute, macht mal bitte nicht diesen hier. So, noch, noch. Ja, okay. Okay. Alles klar. Feuer. Boah, Alter. Was ist denn los hier? Feueralarm? Warum denn jetzt schon Feuer? Sag mal, hör doch mal auf. So, jetzt hör mal auf den Feueralarm hier aus. So, ich bin hier am... Was soll die Scheiße? Warte mal. Ich restarte mal die Mission. Wenn ich das jetzt mit dem Auto mache... Ich muss doch hier irgendwie zum Auto kommen. Alter. Da vorne. Da vorne ist ein Transporter. Ich weiß auch nicht, ob diese Blitze hier die ganze Zeit random einschlagen. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. So, hiermit sind wir auf jeden Fall einfach mal ein bisschen schneller. Naja, die sind... Also... Ups. Sorry. Hier muss ich einfach nur schnell sein. Naja, hier ist sogar schon der Feueralarm. Yo. So. So, das Ding hat auch ansonsten keinen großen Alarm. Ist hier ein Schiff? Okay. Es wäre geil, wenn hier ein Schiff wäre. Weil jetzt wird gleich ja wieder der Alarm getriggert sein. Guck mal. Feueralarm. Bam. Und ich brauche noch drei Gemälde. Ich kann jetzt hier zwar durchfahren. Ich meine, ich habe an sich noch relativ viel Zeit. Wo ist das Gemälde hier? Auch irgendwo auf dem Dachboden? Naja. Keine Chance, da irgendwie dran zu kommen. Äh. Ah, ja. Ah, okay, 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 okay. Da kommt man auch easy von hinten dran. Ist jetzt trotzdem... Bam, 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 bam. Zeit abgelaufen. Restart Mission. Brauche ich denn alle? Naja, ich brauche alle vier. Aber hier komme ich ja mit dem Boot. Jo. Ah, es ist immer, wenn man dem Gebäude zu nahe kommt. Dann geht die Party los. So. Das erste Ding. Und da sind die anderen beiden. Hier macht man es wahrscheinlich auch eher mit dem Auto. Und hier kommt man noch relativ gut hoch. So, wo ist hier das Ding? Achso, hier ist gar keins. Achso, die sind da vorne. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Restart Mission. Okay, wie mache ich das jetzt? Ich habe noch keinen richtig geilen Plan. Okay, ich kann mir vorstellen... Bam, bam, bam. Äh, okay, okay, okay. Jo. Hey, Junge. Diese freaking Blitze, Mann. Ja, ich habe es verstanden. Blitze sind geil. Vorsichtig, Paleto. Vorsichtig. Okay, wir haben es nicht getriggert. Alles gut. Ja, immer noch nicht triggern, bitte. Immer noch nicht triggern. Danke. So, kurz ein bisschen schwimmen. Ausgezeichnet. Dann steige ich hier in mein neues tolles Boot. Ja, wahrscheinlich wäre das andere sogar besser. Weil es ein bisschen schneller ist. W-w-w-w-moment mal, war es so schnell? Okay, okay, kein Problem. Mache ich ein Quick Save? Ja, scheiß drauf. Zack, zack, zack. Rein da. Also, ich bin jetzt, ich bin so von meinem Plan aktuell, obwohl es geht, also Zeit haben wir noch. Aber das Boot ist mir halt, ja, ja, das Boot ist eigentlich viel, viel zu langsam. Zack, zack, zack. Komm, mach auf, mach doch auf. Ja, und auch hier das Laufen. Ja, ja, wir haben jetzt nur noch 22 Sekunden. Also, ich habe keinen richtig, richtig geilen Gameplan. Auch hier bin ich viel zu langsam. Ja. Chillig. Und da wäre das ja, und jetzt ist die Zeit schon abgelaufen. Ja, ich muss tatsächlich Restart Mission machen, weil mein Gameplan ist, also so wie ich das machen möchte, ist Mist. Aber ich muss so rum. Ich muss hier als erstes hin, dann dahin. Für das Ding baue ich noch einen besseren Plan. Und ich werde das Auto näher ans Haus stellen müssen. Sonst geht da nämlich nichts. Aber ich mache jetzt einfach mal, eigentlich ohne, dass ich was kaputt mache, Quick Save. Ja, näher bringt eigentlich kaum was. Ich kann vor allen Dingen den Wagen, kann ich auch nicht hier längs fahren. Obwohl? Ah, doch, geht. Okay, dann werde ich den Wagen auf jeden Fall da parken. Ja, ja, komm mit Schwung. Oh, ja. Perfekt. Quick Save. Naja, okay, da ist er jetzt. Ist der Blitz eingeschlagen. Okay, hier geht es noch. Quick Save. Perfekt. Da werde ich auch mal gucken, dass ich jetzt hier das andere Boot benutze. Also nicht das Ding, sondern das kleine. Ich glaube, das ist schneller. Ja, 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 das ist auch... Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Naja, so ist gut. Quick Save. Okay. Fire Alarm. Machen wir mal hier auf. Okay. Rein. Bam, bam, bam. Zack. Ja, war das jetzt so gut? Egal. Das Geile ist, unser Boot ist halt wesentlich schneller. Zack. Und kann... Jetzt wurde erst der Alarm getriggert. Junge, das ist ja... Das ist ein Game Changer. Jetzt hier mit dem Auto... Ja, 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 das hat gut geklappt. Okay, komme ich jetzt hier gut hoch? Lass mich bitte hier... Ja, 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 okay. Hier rüber. Da ist das Bild. Perfekt. Jetzt hier raus. Wir haben noch 20 Sekunden. So weit haben wir es leider noch nie geschafft. Wo ist das? Das ist noch ein Bungalow weiter. Hopp. Okay, 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 okay. Hä? Wo soll... Wo ist das Bild? Ja, okay, das... Mist! Das war bis dato der beste Try. Das kann man zumindest festhalten. Vielleicht mache ich auch irgendwas falsch. Vielleicht müsste ich mehr löschen. Aber das glaube ich jetzt nicht. Also das nächste Haus finde ich am schwersten. Weil man hier oftmals auch sehr, sehr viel Glück braucht. Abwarten. Okay. Jetzt sind es zum Beispiel auch hier wieder nur noch 20 Sekunden. Gut, ja, ja. Bam, bam, bam. Ah ja, warte. Okay, okay, okay. Aber hier muss ich jetzt... Oh, 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 oh. Das war gar nicht so schlecht. Ich will das Boot fahren. Ich will das Boot fahren. Da vorne, da vorne. Ich weiß aber auch nicht, ob ich den Feueralarm hier... Nee, nee. Da ist dann ja eh schon alles... Alles gelaufen. Also, ich kann jetzt hier doch nicht... Ich probiere es mal. Also, ich versuche jetzt hier ein bisschen was zu löschen. Na, ich höre es da halt wirklich Smoken. Okay, ja, aber vor allen Dingen jetzt bei dem Ding... Ich kann noch einen Quick Save machen, Alter. Ich mache einen. Okay. Weil da will ich jetzt eigentlich ungern was löschen. Okay, jetzt wurde der Alarm erst getriggert. Hoffentlich ein gutes Zeichen. Zack. Zack. Hier rein. Hier schnell durch. Hier müssen wir gleich ins Wasser springen. Das ist auch ein gutes Ding. Zack. Nach hier hinten. Okay, hier konnten wir irgendwie hoch. Ja, äh, äh. Wir haben viel mehr Zeit. Lass mich hier rein. Lass mich rein ins Boot. Uh. Bitte. Bitte. Fahr, Junge. Fahr. Raus aus dem Schiff. Ja, 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 ja. Ja. Let's go. Alter, Junge. Wir haben... Was haben wir Neues? Ah, you can upgrade your tools in the computer terminal. Yes, thank you. Okay, Leute. Das war es mit einer weiteren, meiner Meinung nach, nice Folge von Tiernaum. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut beim Team Paluten-Kanal vorbei. Das ist mein Zweitkanal. Schaut... Also, da gibt es weitere Videos. Schaut auch gerne auf paluten.shop für Mini-Paluten. Und danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.